Der Luis hat es ja schon angesprochen. In Niederdorf im Bustertal waren an diesem Wochenende Tausende Schützen aus dem gesamten Tiroler Raum und aus Bayern zu Gast. Anlass war das 23. Alpenregionstreffen der Schützen, das nach acht Jahren wieder in Südtirol zu Gast war. Zum Ausklang lassen wir die Bilder sprechen. Gleich danach hat Erhard Berger die Details zum Wetter. Für heute noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Ho, Han! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020